Also nochmal in dem, in das Krankenhaus, unter den Umständen, genau das gleiche, da wäre ich gerne noch reingegangen. Schau dich nicht, uff, falscher Block abgebaut. Ach, scheiß drauf, jetzt kann ich nen Scheiß da auch einsammeln geben hier. Kannst du dich immer noch auf Peaceful ab? Hm, super, hab ich gar nicht gemerkt, hab da nicht drauf geachtet. Ach, schon, hey, so auf könnte ich halt runterfallen in deinem Leben. Okay, dann wird so dafür aufzulaufen. Kommt jetzt der Baum her? Ja. Entschuldigung, ich will ihn noch nicht hin. Das ist alles faktisch, die alle zusammen sind, die Bäume. So. Das halt alles Taktik. Ich setz mir die mal falsch hin. So. Dann kommt hier so oder so schräg. Aber immer ganz normal hin. Kommt hier ne Doppeltür rein. Am besten ohne runter zu fahren. Fuck. Schubi, 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 schub. Naja, klar. So, dann kommt hier eine Doppeltür rein. Ich habe dafür genug. Aber das ist einfach neu. Zack- 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 Zack. Oh, passt ganz genau, muss man sich nicht ... Nicht mit gerechnet vorzusehen. Ahem, sch. War nicht. So, jetzt brauche ich nochmal, wo habe ich ne Wolle? Schaufel brauche ich nur eine ... und rein so Ich muss gerade denken, wie nicht die Klasse zu mir war, als ich aus dem Krankenhaus kann. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich mit Krankenhaus meine, ich wurde am Ende März eine Wirbelsäule operiert. Ich muss sagen, in Köln schmeckt das Essen sehr gut, in der Uniklinik. Jetzt keine Ironie, gar nichts, das wirkt, das ist mein Ernst, das schmeckt echt super, da. Ich kann nicht schliegen, stimmt. Schöp, 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 Schöp. erwischt nicht ob ich das Gedanke sie neu curved dann://- dann Ich gehe nochmal den Hals abholzen, den Baum abholzen so, zum Beispiel noch eben die Wende zu Ende und dann warst du doch erstmal mit dem, mit den ersten zehn Folgen, ne, keine Ahnung. Doch, die ersten zehn Folgen sind glaube ich schon. Das reicht erstmal wahrscheinlich. Ich muss eh erstmal gucken, wer da ankommt. Weil das jetzt irgendwie, um dieses Spiel, die nur einen Aufruf hat oder zwei Aufrufe in der von einem Monat an und statt auch nichts zu machen. Und von meinem Kopf noch mehr eigentlich Spaß, oder? Ist das ja sowieso eigentlich egal, aber... Welcher Mensch macht schon gerne Arbeit umsonst? Wofür er dann keinen Like oder sowas kriegt oder sonst was? Ach, der kann mir nicht freiwillig sein. So, was ist denn, der Mensch hat einfach viel zu umständlich, viel zu viel Arbeit. Das ist auch unnötig. Also sparsch mir lieber diese Upload-Zeit und alles, sparsch mir lieber. Feinstof. Weil von der Zeit habe ich definitiv mehr. als wenn ich dann hier andauernd am Uploaden bin und meine Mutter den PC mal hinterher schleppen muss und... Ach, fick dich doch! Ach... Ey, ne, ne... Oh, ne, aber ich weiß wenigstens, wo wir sind. Das ist jemand hier auf den Sack, Mann. Nein, ich weiß nicht, wo wir sind. Ey, was ist das denn jetzt für ein Scheiß, Mann? Ey, ganz, 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 ganz schlechter wird's jetzt. Ey, wenn ich jetzt nicht eine halbe Stunde umsonst zahle, ne? Da war ich wohl nicht sein genug. Ich hab nicht laut ge... Ich... Fuck, Mann! Scheiß Minecraft, ey! Da hab ich nicht gebacken kriegt. So ein Scheiß... Spawnpunkt anders hinzusetzen. Und ich überleg jetzt auch grad, ob ich... Die Map kurz auf dem Server aufladen, wie wir anders sind, teleportiere. Also, ich zum... Oh, ne, glaub ich brauch ich gar nicht. Ich seh nix. Doch, ich glaub schon, weil hier war ich nicht. Die Schiller kenn ich gar nicht. Fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, Mann! Ja, ich weiß nicht, wo wir sind. Ja, dann werde ich mal den nicht suchen, mich dahin teleportieren und... Wir werden uns das nächste Mal an der Stelle wiedersehen, wo wir gestorben sind. Haut rein!